Musik Nach der viel zu langen Sommerpause stand am 19. September endlich wieder ein Illi im Grazer Dom im Berg auf dem Programm. Das Grand Season Opening war wieder ein voller Erfolg. Knackevoll bis unters Dach, Stimmung und Party ohne Ende. Doch kein Wunder, denn das Illi-Team hat in den letzten Jahren jedes Mal einen Event ohne Kompromisse auf die Beine gestellt. Und so stand beim Opening neben den Resident-DJs diesmal Star-DJ Kid Chris an den Decks und brachte einmal mehr Ibiza mitten nach Graz. Let your soul run. Eil auf Ibiza ist mit Abstand wahrscheinlich die beste Veranstaltung, die ich kenne zumindest. Es ist mit Abstand die beste Stimmung. Ich vergleiche es immer ein bisschen mit Wien zum Beispiel. Also wir spielen ja auch in Wien und in Wien sind die Leute eher reserviert. Hier, wenn man da reinschaut in die Menge, die Leute gehen einfach mit. Sie haben wirklich die Liebe zur Musik und sie geben einfach Gas. Musik Warum seid ihr heute da? Weil es einfach das einzig coole Clubbing ist, dass es in Graz gibt und es beste zum Fortgehen. Und du? Ja, ich glaube genauso, weil sonst ist nie so viel los wie da. Und da ist einfach die beste Stimmung die beste Musik. Musik 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 Dann, wenn in Ibiza die Clubs schließen und die Closing-Partys im Gange sind, holen wir die Ibiza-Saison nach Graz, dass alle, die entweder auf Ibiza waren oder es heuer nicht geschafft haben, bei uns genau zu dieser Zeit weiter feiern können. Und der DJ Kid Chris, wie habt ihr es geschafft, ihn nach Graz zu holen? Ja, es ist mittlerweile Gott sei Dank so, dass sich unser Event, unsere Clubbing-Serie, nachdem wir das markenstärkste Event sind von Österreich, mittlerweile so weit herum spricht, dass auch DJs, die in Ibiza als Resident spielen, aufmerksam hellhörig geworden sind und wir schaffen es immer wieder, neue Insider und neue gute Acts für unser Event zu verpflichten. 2. 3. 4. 8. 9. 10. 11. Hallo liebe Partypeople, ich bin heute zum ersten Mal in Graz und ich bin wirklich begeistert. Ich habe hier eine Location, die ich selten gesehen habe und ich glaube, das wird heute eine richtig gute Party. Was hast du für Musik mitgebracht? Ich habe euch was ganz Besonderes mitgebracht. Das hier zu beschreiben ist einfach zu viel, aber seid gespannt, denn heute Abend werdet ihr eine Party erleben wie noch nie. Versprochen! Was gibt mir die Besonderes in all der Babysams? Ja, die Stimmung, die Leute, alles ist perfekt. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Warum seid ihr da? Wegen der geilen Stimmung! Und den DJ? Super! Und wegen den hübschen Männern natürlich! Untertitelung des ZDF für funk, 2017